Musik Sie sind wieder aktiv, die Family of Peace Gospel Singers. Am Freitag, den 24. März, startet ihr großes Benefiz-Konzert Alive. Und lebendig geht es dabei wahrhaftig zu. Die Zuschauer erwarten mitreißende Gospel-Songs unter der Chorleitung von Gabriel Wiel. Wir werden verschiedene Lieder geben. Afrikanische Lieder sind dabei, schnelle Lieder sind dabei, verrückte Lieder, wo man wirklich tanzt und mitmacht. Es gibt auch sehr langsame, bewegende Lieder, die viel mehr mit Liebe zu tun haben. Auch diesmal gibt es keinen Eintritt bei den Family of Peace Gospel Singers. Dafür werden Spenden gesammelt für das Projekt Urlaub ohne Koffer. Ein Ausflugsprogramm für Gladbacher Seniorinnen und Senioren. Um 19 Uhr ist Einlass in der evangelischen Hauptkirche auf dem Reitermarktplatz. Nach einem Vorprogramm beginnt dann um 20 Uhr Alive. Ein Ausflugsprogramm für Gladbacher Seniorinnen und Senioren. Ein Ausflugsprogramm für Gladbacher Seniorinnen und Senioren.